Die Island Princess wurde im Jahr 2003 als Schwesterschiff der Coral Princess gebaut und bietet bis zu 1.970 Passagieren unvergessliche Reisen durch den Panama-Kanal und nach Alaska. Willkommen an Bord bei Princess Cruises! Mit 90% über Meerblick verfügende Kabinen und über 700 privaten Balkonen wird es Ihnen nicht an fantastischen Aussichten mangeln. Egal ob in einer Suite, Mini-Suite, Balkon oder Innenkabine, auf der Island Princess sind Luxus und Komfort garantiert. Alle Kabinen sind stilvoll eingerichtet und werden mit höchstem Standard von der Crew bedient. Neben einladenden Pool-Landschaften und mehreren Wirrpools verfügt das Schiff über einen großzügigen Wellnessbereich. Genießen Sie wohltuende Massagen und Beauty-Behandlungen im Lotus-Spa oder lehnen Sie sich ganz entspannt im für Erwachsene reservierten Sanctuary zurück. Natürlich gibt es auch einen modernen Fitnessbereich, wo Sie sich auspowern oder an verschiedenen Sportkursen teilnehmen können. Freuen Sie sich auf international ausgezeichnete Meisterköche sowie einen professionellen Service in den Restaurants an Bord. Besonders in den Spezialitäten-Restaurants werden Sie für einen Aufpreis mit fantastischen Gaumenfreuden aus aller Welt verwöhnt. Wer auf feste Essenszeiten und Reservierungen verzichten möchte, kann einfach jederzeit die Buffet-Restaurants besuchen oder sich etwas auf die Kabine bestellen. Die Fun-Zone und der Pelicans Pool sind der perfekte Ort für die jungen Gäste. Auch Teenager werden mit den neuesten Videospielen, Sportaktivitäten und Musikangeboten nicht in Langeweile geraten. Währenddessen können Sie unbeschwert durch die bordeigene Kunstgalerie wandern oder besuchen Sie einen der lehrreichen Vorträge und Workshops. Am Abend wartet das spektakuläre Prinzess-Theater mit ausgefallenen Bühnenshows sowie ein reiches Unterhaltungsprogramm in den verschiedenen Lounges und im Paris-Style-Casino. Lehnen Sie sich in der Bibliothek zurück oder lassen Sie den Tag bei Movies Under the Stars ganz gemütlich mit einem Film unter freiem Himmel ausklingen. Entfliehen Sie Ihrem Alltag und begeben Sie sich auf luxuriöse Reise mit der wunderschönen Island Princess. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns gerne kostenfrei an. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!